Also gut, zocken wir eine Runde, Overwatch. LeJunk Tower. LeJunk Tower. Also gut, es geht los. Die Map ist auch nicht schlecht, die mag ich auch. Ja, ist gut. Generell, da ist immer am meisten Action, wo beide einen Bereich entnehmen müssen. Die kommen schon. Boah. Dieser Knecht, Alter. Boah, ich hab mich da runtergebrochen. Ah, ich fall von der Map. Boah. Die sind beide runtergefallen. Ich bin geschaut. Hauptsache, ich hab den mitgenommen. Kuss auf seinen Nacken, Alter. Ja. Das war wichtig. Ich hab auch einen. Hauptsache, ich hab den mit in den Tod gerissen. Ganz wichtige Aktion. Boah, wenn wir einen Punkt einnehmen müssen, dann geht immer voll die Post ab. Ja, ja. Beste. nicht, weil diese nicht in den Punkt einnehmen müssen. Das muss man nicht vollkommen sein. Der Punkt verhörte mich. Das ist gut. Ach, ich hab mich geholt. Boah! Das ist gut. es ist noch diese heftige Runde da die drei Runden lang ein Brei Scho ja ja dieser Genji gibt mir auf den Tisch alter nein mann ey ja nein 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 wo kommt er denn her zu viele Tanks boah alter dieser Genji geht mir auf den Sack alter Einzelgrützschöpf Spezialfähigkeit mal gucken ob es was bringt nein tot egal zwei Leute wir machen kann wir machen kann immer einfach nur kacken aber diese Kugel kommt ja ich höre es schon wir machen ja ey der Schubst mich die ganze Zeit von der Mette Bastard alter ich nehme den Punkt 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 faktischer Fehler boah Skalaktion hier wäre eigentlich ganz süß kann man mitnehmen muss man aber nicht was das denn ja es wird sind ganz bestehen ganz locker 1 1 zu 0 eben auch das ist sie wenn er ist die rothog ja gut vor Ort fünf Leben noch da will ich medipack holen dann krieg ich um die Kurbeln in den Rücken alter am das ist mein arm stirb jawohl warum erst den Healer töten ja ich hab den Han so weg gemacht ja ich hab den ich hab den Healer oh alles gut kannst du Healer legen auf dem Boden alles gut oh hab ich stehen geholt nein Weeper oh auf einmal los ich kann aber scheiße oh trotzdem hab ich ihn mitgenommen alle Mann was sagt ihr eure Pfund ja sicher ja sicher ja fick ihn ja nein ist hat er mich geholt also gut ach du scheiße dieses Rad hat stark boah ich seh nichts mehr ist alles dunkel ja guck mal guck mal wo du dich verspäckst du dein teubt ach man guck mal da alter für ein prozent egal die ficken aus du dumm fest Krise wohl er hat nicht Reinhard wer denn wo keine ahnung rio da machen wir jetzt anders ja zwei habe ich weggemacht ich chill noch zwei da nimm die mal schnell scheiße das wird genau war fast bombe gemacht komm junge jawoll bohr 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 was ist mit dem da oben los bohr bohr ja 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 bohr war das knapp alter hammer hat was ist das denn was ist das denn bohr alter guck dir das an was für eskalation da war alter hat er rasiert ja ich hab für dich gestimmt danke brudi ich habe